Wir sind ja hier, weil unsere Mama uns nicht so gut behandelt hat. Ich habe zwei Lieblings jetzt hier. Ne, sogar drei. Ich kann ja mit Kindern spielen, kann rausgehen. So hatte ich das nicht so. Das Besondere ist, dass wir den Kindern ja ein Gefühl von Sicherheit vermitteln wollen. Also eigentlich ist das wie eine richtige Familie.